Also, das Stück, das ich Ihnen heute Abend zeige werde, ist Magie in seiner reinste Form. Und es braucht eigentlich gar nichts. Nur meine zwei Hände, viel Übnung und ein bisschen von eurem Vorstellungsvermögen. Also für die nächsten paar Minuten ist nichts wirklich, wie es aussieht, sondern nur eine Illusion. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.